moin leute und willkommen zurück zu warframe so wir sind heute mit unseren dex kalibur prime unterwegs wir haben wieder geschenke der lotus und fangen wir erstmal hier einfach an hier haben wir jetzt abfangen einmal stufe 10 bis 15 im void dafür kriegen wir einen orokin reaktor blaupause dann als nächstes gibt es nachher überleben orokin beschleuniger blaupause level 20 bis 30 und verteidigung der will 50 bis 60 die teile extrakt sowie jumpen jetzt in die abfang mission wir haben nur freunde an so wir haben ausgerüstet brad und prime die dex fuels glaube eine von vielen und die scanner pro hier erst mal den ersten tower einnehmen die werden jetzt dort hinten wahrscheinlich gleich wieder einnehmen so ja sie haben zumindest vor kommen wir gleich immer so viele oder falsch heute ist ja falsch jetzt nehmen sie b 1 verkehrt das verstehe ich ja nicht so können wir hier weitermachen von 100 das ist eine frechheit gibt uns unsere tower sind sie wieder bei d ich weiß gar nicht warum wir hier von uns wollen die können uns doch mal hier unseren unsere punkte einnehmen lassen das ist eine frechheit level ab und wieder bei d so jetzt haben wir aber alle ihre säcke so und wie ist die erste fähigkeit ganz cool chan 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 war vorbei du kämpfst da oder den haben wir nicht mehr bekommen das ist und die denn jetzt die ganze zeit bei c knack knack so jetzt war aber gleich durch wenn es war noch eine runde alle weg alle weg da sind doch alle weg alle weg sind alle weg alle besiegt das ist eine frechheit am anfang kommen sie mal hier die schweine das ist doch nicht normal das ist doch nicht normal da haben sie sogar ein genommen die schweine jetzt gehen sie gerade zu c gehen sie gleich wieder zu c schnell die einnehmen sind schon bei c spawn und wir müssen chaotisch die schweine spawnee normal auch so chaotisch hier sind wir wieder bei d kann mich nicht erinnern dass das so krass war so extrem dass die hier den schaffen aber diesmal die fackeln ja ab abfackeln tun sie die 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 man so alles kaputt machen ein so ein türchen auf ja knack knack ist nicht warum und wie finde ich die erste fähigkeit ganz cool eins was man jetzt nicht mitbekommt ist ob man da wenn man sie nutzt der match bekommt das wies ich jetzt nicht so aber ansonsten im level her ist das ja hier kein problem und einmal gucken wenn das sind später hier in der verteidigung bei d war es bestimmt den sind vorbei so muss noch einer da ist noch einer und der ganzen sind alle dort geburt die blau pause obwohl ich dann lieber zwei beschleuniger blau pausen gehabt hätte das eine frechheit mal gleich gucken und die gleichen auftrag geben weil sonst vergessen wir das wieder so reaktor war das na so dafür brauchen morphide neuronen neurale sensoren und urukinzellen und von allen haben wir genug so gut dann war die ja schon mal schnell hätte schneller gehen können wenn die unsere tower da nicht immer in den momenten die schweinchen aber haben wir ja so bekommen und dann sind wir hier wieder durch wie immer wenn euch das video gefallen hat lassen like da unten abo und dann sehen wir uns beim nächsten mal spitze bedanke mich tschüss